Hallo und willkommen zu einer kurzen Elite Wave Analyse und Einschätzung zu Hymns und Hörs. Hat mich einige doch jetzt gefragt die letzten Wochen, ob ich mir den nicht mal anschauen kann. Und heute hatte ich mal fünf Minuten. Ich meine, so eine Analyse dauert ein bisschen mehr, aber ein bisschen mehr Zeit. Aber naja, hab gedacht, komm, haben mich einige gefragt, machen wir das doch mal. Also übergeordnet. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt ein Chart, der leider nicht wirklich impulsiv nach oben läuft. Das sieht vielleicht impulsiv aus, weil hier in dieser Unterwelle vermutlich ein Impuls läuft, aber es ist halt eher eine Diagonalbewegung. Nichtsdestotrotz kann er noch weiter nach oben laufen und wir werden jetzt mal hier darüber sprechen, was die Strukturen sind und die wichtigen Niveaus, weil er kommt jetzt in Widerstände. Man fängt ja so eine Elite Wave Zählung in der Regel beim All-Time-Low an. Das war hier unten quasi bei Mai 2022 und die erste Rallye war auch korrektiv. Das heißt, ja, ich kann das schon mit berücksichtigen hier am Anfang. Ich sehe es aber im bärischen Falle als eine A-Welle nach unten, dieses Tief im Mai. Und dann wären wir nämlich jetzt in einer B-Welle Rallye, wo wir dann hier eine A-Welle hatten, die war dreiteilig, eine B-Welle, die war ja auch korrektiv, das ist das Oktober-Tief, bei knapp 5,70 und er würde jetzt in der C-Welle nach oben laufen. Hier ist halt das Problem, dass diese C-Welle nicht klar fünfteilig ist hier nach oben. Eine C-Welle ist aber immer ein Fünfteiler. Ich meine, da gibt es dann auch Sonderformen. Wenn das jetzt eine W-X-Y-Korrektur wäre, wäre das auch okay. Aber ich kann deswegen das weiße Szenario aufgrund der Unterstruktur nicht ganz klar bevorzugen. Allerdings ist es natürlich möglich und wahrscheinlich, denn wir haben jetzt hier quasi drei Wellen nach oben und so eine dritte Welle kann, beziehungsweise so eine C-Welle dann in diesem Fall, kann halt jederzeit dann scheitern. Das ist ganz wichtig, dass wir eben jetzt hier in so einem Widerstand kommen, der nämlich hier bei 26,24 Dollar liegt. Das ist nämlich von der Länge A nach oben die 100% Extension. Das ist halt so ein Kernziel, ein wirkliches Ziel einer C-Welle. Das heißt, wenn er scheitert in der weißen Struktur und dann nach unten läuft, dann vermutlich in dieser Region. Das muss jetzt nicht genau jetzt sein, aber das Risiko ist da schon relativ hoch. Er kann natürlich auch in so einer C-Welle drüber laufen, aber dann kommen wir schon in die Bereiche einer überschießenden B. Das wird dann sehr unwahrscheinlich. Dann liegen wir nämlich bei 37,70 Dollar. Das halte ich dann schon für eher unwahrscheinlich im weißen Szenario. Das heißt, beim weißen Szenario, man muss da echt einfach nur wissen, der kann jederzeit hier nach unten abmarschieren. Das Risiko ist relativ hoch, weil, ja, wann kann ich denn bestätigen, dass wir hier getoppt haben? Eigentlich nicht wirklich, bis er unter das 78,6er FIP-Niveau läuft bei 13,50 Dollar. Da sind wir schon weit weg. Also einen wirklich guten Einstieg oder so habe ich jetzt hier nicht aus LED-Wes Sicht. Was ich ein bisschen wahrscheinlicher finde von der Struktur her ist allerdings die gelbe, die gelbe Struktur, wo man nämlich sagt, hey, okay, wenn es eine Diagonale ist, dann war doch die Welle 1 auch eine ABC-Struktur. Die Welle 2 sowieso. Die Welle 3 dann auch eine ABC. Und da ist es so, anhand der Unterstruktur, die mir klarer dreiteilig aussieht, kann es schon sein, dass die C-Welle hier in gelb dargestellt, die 100% Extension anläuft. Aber auch hier haben wir das 78,6er Extensionsniveau bei knapp 26,27 Dollar. Also da ist ein Widerstand. Wenn er da drüber läuft, hätten wir als nächstes Anlaufziel die 33,90 Dollar. Da könnte er auch noch hinlaufen, ohne Probleme in der C-Welle der 3. Und dann müssen wir einfach auf der Hut sein, dass er dann jederzeit irgendwann die 3 abschließen kann und die 4 startet. Wenn wir dann irgendwann den größeren Rück, also wenn er jetzt weiter nach oben läuft, dann kann man die 3 irgendwann noch klar bevorzugen. Und dann würde man eben, wenn er in der 4 nochmal runterläuft, dann irgendwann, die wäre dann deutlich die Welle 4. Wahrscheinlich ziemlich krass. Dann könnte man da eben Einstiege suchen für eine Welle 5. Vielleicht was für die Watchlist. Aber so Diagonalbewegungen immer ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, das weiße Szenario ist nicht klar bevorzugt, weil die B schon sehr hoch ist und auch die Unterstruktur da weniger Sinn macht. Deswegen, ich denke schon, bullisches Szenario würde ich zumindest anhand der aktuellen Daten bevorzugen. Aber einen direkten Einstieg oder so habe ich jetzt hier nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.